Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Test des Epson EF11 Mini Laser Projektors. Wenn du nach einem kompakten, aber leistungsstarken Projektor suchst, dann bleib dran, denn dieser kleine Kraftprotz hat es wirklich in sich. Der Epson EF11 Mini Laser Projektor beeindruckt mit seinen 1000 Lumen Helligkeit und einer maximalen Projektionsfläche von bis zu 150 Zoll. Diese Eigenschaften machen ihn ideal für Heinkino-Enthusiasten und Präsentationen gleichermaßen. Dank seiner Laserlichtquelle bietet er eine längere Lebensdauer und eine gleichbleibend hohe Bildqualität. Die Farben sind lebendig und die Kontraste scharf, was insbesondere bei Filmen und Spielen für ein immersives Erlebnis sorgt. Ein besonders hervorzuhebendes Merkmal ist seine Tragbarkeit. Mit einem Gewicht von nur 1,2 Kilogramm und seiner kompakten Größe passt er problemlos in jede Tasche und kann überall hin mitgenommen werden. Auch die Einrichtung ist kinderleicht. Einfach anschließen und loslegen. Zudem bietet der EF11 zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Darunter HDMI und USB. Um verschiedene Geräte zu verbinden, fassen wir zusammen. Der Epson EF11 Mini Laser Projektor ist ein vielseitiger und leistungsstarker Begleiter für zu Hause und unterwegs. Er punktet mit hervorragender Bildqualität, einfacher Handhabung und hoher Flexibilität. Einzig die Helligkeit könnte in sehr hellen Umgebungen etwas höher sein. Doch für den normalen Gebrauch und abgedunkelte Räume ist er mehr als ausreichend. Wenn dir dieser Test gefallen hat, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.